Das ist, wenn sie sterben und sie schießen. Ein, zwei interessante News. Die Inflationsdaten waren, auch wenn sie gefakt sind, gut. Die Produzentenzahlen waren auch gut, beziehungsweise der Producer Price Index. Aber es ist letztendlich extrem stark manipuliert. Die Arbeitslosenzahlen, die kommen nächsten Monat erst raus. Aber auch dort gibt es eine extrem starke Manipulation. Ich werde mal ganz kurz darauf eingehen in diesem Video. Aber wir werden uns einige starke Metriken angucken. Auch zu Ethereum, was da eigentlich los ist und warum ich erwarte, dass wir hier eine kleine Korrektur erleben können. Und diese Pumps am Wochenende, den kann man eigentlich nie vertrauen. Darum tauchen wir ein, Leute. Der Producer Price Index ist raus und jetzt schaut euch das mal an, wie gut es doch der Wirtschaft in den USA geht. 2,7% von 4,9% sind wir herabgesagt. Wunderschön. Wir haben doch eigentlich gar nichts zu bezweifeln. Warum sagt die FED denn, dass sie eine Rezession erwartet? Kann ich gar nicht verstehen. Also die Zahlen sind schön. Wir bekommen auch im nächsten Monat die Arbeitslosenzahlen. Sie sind ja leicht runtergegangen. Gut, im Januar sind sie schön runtergegangen. Im Februar hoch. März haben wir hier auch wieder einen kleinen Fall gehabt. Aber was können wir jetzt im Mai erwarten, wenn die Zahlen für April herauskommen? Ja, das wird natürlich alles positiv werden. Also wir haben Arbeitslosen-Announcements bzw. wir haben Kündigungs-Announcements von den Big-Fintech-Unternehmen. Und man muss eine Sache bedenken. Die beiden Administrationen hat das Ganze jetzt wunderschön gedreht. Die Obdachlosen, die gelten nicht als arbeitslos. Die gelten als obdachlos. Sind ja keine Arbeitssuchenden. Darum, ja, die zählen wir einfach mal nicht dazu. Und es sind Zehntausende dazugekommen. Seit Covid gibt es fast 30 Millionen, die in Rente gegangen gelten oder als behindert zählen. Und jetzt überlegt euch das mal. Die, die als behindert zählen aufgrund von Krankheiten, was weiß ich, was es da bis jetzt gab, die zählen auch nicht als arbeitslos. Sieh mal an, sieh mal an. Also ihr seht schon, es gibt hier Möglichkeiten, wie sie das Ganze hier manipulieren, um das Ganze positiv darzustellen. Darum redet die FED auch von Rezession und die Regierung von, ja, Soft Landing und all sowas. Es ist fake. Es ist fake, was sie uns hier präsentieren. Diese Zahlen stimmen alle von vorn bis hinten nicht. Dann ging diese Information ziemlich stark durch die ganze Kryptowelt. Twitter wird sich mit eToro vereinen und Einkauf von Aktien, von ETFs und von Kryptowährungen erlauben. Elon Musk will Twitter zu einer App machen, die für alles da ist. Ähnlich wie WeChat. Wer WeChat nicht kennt, googelt das mal. Das ist die chinesische Version von WhatsApp letztendlich. Und man kann damit alles machen. Man kann damit Zahlungen tätigen. Man kann damit Kryptos einkaufen. Also alles mögliche. Miteinander kommunizieren, Bilder austauschen, Content createn. Und das hat er jetzt endlich mit Twitter vor. Hier in einem Artikel von investing.com wird gesagt, die SEC schwächt XRP. Verteidigung mit Präsidentsfall. Urteil erwartet. Ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht. Die Behörden hier auf diesen Punkt. Die Behörde bezog sich in ihrem Schreiben auf den gerichtlichen Beschluss im Fall Commonwealth. Der Richter befand, dass vor dem obersten Gerichtshof ein Präsidentsfall geschaffen wurde, als vor vielen Jahren bestätigt wurde, dass der Howey-Test einwandfrei nachweist, wann es sich bei einem Vermögenswert um ein Wertpapier handelt. Und das soll jetzt geschwächt haben, beziehungsweise die Position von Ripple geschwächt haben. Meines Erachtens nach hat es das überhaupt nicht geschwächt. Und die SEC hat sich hier ins eigene Fleisch geschnitten. Denn wenn man den Howey-Test richtig anwendet, dann erkennt man ganz genau, dass XRP auf keinen Fall ein Wertpapier sein kann. IT-Tech hat hier die Liquidationsbereiche aktualisiert. Und wie wir sehen können, haben wir in diesen Bereichen hier unterhalb der 29.000er Marke stärkere Liquidationsbereiche, als wir hier überhalb der 30.000er Marke sehen. Darum, ich weiß nicht, ob das zu vertrauen ist, was jetzt kurz vor dem Wochenende passiert. Diese Wochenend-Dumps, beziehungsweise Pumps oder auch Dumps sind immer vorsichtig zu genießen. Auf der anderen Seite haben wir schon ziemlich, ziemlich starke Informationen. Wenn wir uns angucken, was mit dem Illiquid Supply los ist. Der Illiquid Supply sind letztendlich Bitcoins, die außerhalb der Exchanges gelagert sind. 78% zur Zeit. 78%. Wir haben ein Level erreicht, was wir zuletzt letztendlich hier 2015 hatten. Aber bei den 2017er All-Time-High-Bereichen waren wir auch dort in der Nähe. Jetzt schaut euch das mal an, wo wir uns gerade befinden. Und das ist wirklich verrückt. Denn normalerweise bei den Bodenbereichen, wo wir uns hier zum Beispiel befunden haben, 2018, 2019, haben wir ziemlich, ziemlich wenig Bitcoins als Illiquid Supply gehabt. Aber jetzt ist es anders. Also wir verhalten uns jetzt nicht wie hier in der Bodenbildungsphase 2019 und 2018, sondern eher hier wie 2015. Wollen wir mal sehen, wie sich das entwickeln wird. On-Chain-Edge präsentiert hier uns diesen Chart und sagt, wenn Bitcoin das Gleiche macht, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich weiß nicht, welchen Indikator er hier genutzt hat, hat er auch nicht beschrieben. Aber dann würden wir hier in Bereiche ankommen zwischen der 42.000 und der 50.000er Marke und ungefähr hier bei 48.000, wie er hier markiert hat. Super, super interessant. Denn diese 48.000er Marke ist genau diese Spitze, bei der wir uns befinden. Und das ist der Golden Ratio. Das ist der Golden Ratio. Wenn man die Fibonaccis zieht von Swing High und Swing Low, dann landet man hier genau bei der 48.000er Marke und natürlich auch beim goldenen Schnitt. Super interessant, ob wir jetzt diese Rallye nach oben sehen werden. James V. Straten präsentiert hier uns auch hier die Glassnode-Informationen beziehungsweise On-Chain-Informationen zu Ethereum. Der Futures Open Interest ist richtig nach oben gespiked. Das heißt, dieser Anstieg ist stark verursacht auch durch Hebelpositionen. 1.300 aktive Validatoren sind aus dem Netzwerk heraus. Bei den Voluntary Exit Counts sehen wir hier 14.000 freiwillige Validatoren, die aus dem System herausgegangen sind. Und dann machen wir auch noch sowas hier. Schaut euch das an. Die Bitcoin-Dominanz fällt, ist stark gefallen. Wir waren beinahe bei der 50% Marke. Das Interessante an der Stelle ist aber folgendes. Ich habe euch letztens schon im Video gezeigt gehabt, dass wir hier mit der Marktkapitalisierung bei den Altcoins ohne Ethereum und ohne Bitcoin ziemlich flach geblieben sind, während Bitcoin hier schon einen starken Anstieg hinter sich hatte. Ich nehme mal hier diese Vertical Line und dann sehen wir uns das genau an. Jetzt schaut euch das mal an hier. Während Bitcoin hier am steigen war, waren die Altcoins hier noch flat. Jetzt sehen wir diesen letzten kleinen Pump, den wir sehen, während die Dominanz hier fällt und die Altcoins diesmal aber mitgehen. Das ist eine starke Diversion, die wir hier sehen. Wenn Bitcoin und Altcoins miteinander hochgehen, die Bitcoin-Dominanz herabfällt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass auch Gelder von Bitcoin in die Altcoins fließen. Wir hier wieder eine Umwälzung sehen, Rotation sehen. Und das führt natürlich dazu, dass wir kurzfristig auch einen Absacker bei den Altcoins erleben können. Die Frage ist jetzt, werden wir am Wochenende manipulativ weiter nach oben gepumpt werden und sehen Montag die Korrektur oder nächste Woche, in dem Verlauf der nächsten Woche oder ist es einfach nur verrückt, was hier passiert und Bitcoin schießt einfach weiter nach vorne, so wie es niemand letztendlich erwartet. Viele erwarten eine kleine Korrektur, ich auch. Ob das jetzt so kommt, das ist hier die Frage. Aber nicht nur Bitcoin, Gold auch geht hier nach oben. Wir sind kurz davor, hier einen Triple Top zu bilden, wieder auf die All-Time-High-Bereiche zu gehen. Was sagt uns das? Smart Money sichert sich gegen eine kommende Rezession hiermit ab. Der US-Dollar-Index ist schön stark gefallen und hat natürlich die Börse auch belebt, den Goldmarkt belebt, den Kryptomarkt belebt. Die Frage ist jetzt, ist es ein Backtest des Bodens, den wir erleben? Ist das ein Backtest dieser Phasen hier, die wir hier gerade haben? Und wir sehen schon in Kürze einen Ausschwung, welches Bitcoin, den Goldmarkt, den Aktienmarkt wieder negativ beeinflussen kann? Das sieht hier meines Erachtens nach sehr, sehr stark danach aus. Darum muss man abwarten. Ob der US-Dollar-Index jetzt einfach weiterfällt ins Bodenlose? Ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt gerade passieren wird. Es sieht für mich stark aus, als ob wir den Boden hier antesten würden und einen Reversal bald sehen. Und wie ihr wisst, wirkt sich das nicht gut auf die Börse, auf Gold und auch auf Krypto aus. Darum abwarten, wollen wir mal sehen, ob das hier sich so ergibt, wie ich mir das vorstelle oder ob Bitcoin weiter nach oben geht. Dann muss ich natürlich strategisch darauf reagieren. Die Trading-Position, die ich habe, muss ich natürlich auch dementsprechend anpassen. Noch bin ich hier ziemlich gelassen und ruhig, denn es braucht 1-2 Wochen, bis man solche Preisbereiche, die wir bei Bitcoin haben, bestätigt sehen. Und dieser Wochenend-Pump, der lässt mich letztendlich noch kalt. Wollen wir mal sehen, wie sich das entwickelt in der nächsten Woche. Das Ganze können wir heute Abend auch beim Livestream diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich allen erstmal einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out! Das Ganze können wir heute Abend auch auf die Börse im Geschenk-Ton. Vielen Dank.